hallo und willkommen zurück bei einer neuen folge fifa 23 karriere jetzt bin ich schon die ganze zeit vorgespult ich habe total verschwitzt dass jetzt winterpause ist ja jetzt gibt es wieder eine folge liegen statistiken und mehr und dann schauen wir uns erstmal unsere eigene liga an wie es aussieht und dann schlagen wir uns mal zu den anderen durch also wie gesagt in der folge hier gibt es kein spiel hier werden statistiken geschaut mal um transfers mark nachgesehen etc etc also wer darauf keine lust hat kann dann gerne in der nächsten folge wieder einschalten so wir sind aktuell zweiter sechs punkte hinter bochum sieben punkte vor magdeburg und paderborn also ist eigentlich noch alles offen nach oben wie nach unten aber schalke sieht schon kritischer aus haben wir schon zehn punkte wer ist denn ganz unten sandhausen oder sandhausen dieses jahr war auch wirklich enttäuschend beim rest ist eigentlich noch relativ spannend sandhausen wird es auch schon wieder sehr schwierig im pokal sind wir auch noch vertreten spielen gegen mainz die ja aktuell eine richtig starke saison gespielt haben am wochenende gerade gegen bayern 3 1 gewonnen die bayern haben sich mit nagelsmann auch total verdorben kann bis heute noch nicht verstehen warum die den zu der zeit rausgeschmissen haben ich hätte auf jeden fall mal bis nach dem city nach den city spielen geschaut weil ja da konnte turi quasi nur verlieren obwohl man muss sagen gegen city waren sie gar nicht mal so schlecht die bayern also im vergleich zu den den restlichen spielen unter tuchel so wir haben hier im achtelfinale irgendeine überraschung leverkusen da wird sehr spannend wenn man ins halbfinale schauen kann das war es schon ok jetzt müssen wir wieder immer so komisch schauen weil hier ist ja irgendwie immer alles anders da jugendakademie dann schauen wir mal in die jugendakademie wen können wir hoch holen den holen holen wir ihn hoch nach 18 jährigen da haben wir doch erst wenn ich bombe costa zum profi befördern können mich ausleihen und denn da holen wir mal noch hoch zum profi befördern so dann schauen wir mal nämlich gerade nach den zwei die landen da nämlich gerade mal auf der transfers liste habe ich natürlich mir die position nicht gemerkt was alle da ist ja schon mal in mainz war das der andere was eigentlich mit ihm alles ausgeliehen ok ja dann setzen wir ihn auch noch auf die leihliste so dann haben wir das auch schon mal geschafft jetzt die frage wo in gottes namen ist wieder das mit vorschützen so dann wollen wir mal wieder ein neues netzwerk auf wo gehen wir denn diesmal hin gehen wir mal nach nordeuropa bisschen nach schweden so ist doch schon mal gar nicht schlecht an schweden spieler statistik da sind wir doch ich habe es gefunden wer hätte es gedacht aktuelles erster war den torschützen artig von magdeburg trimmig zweiter wir haben dann noch back drin ansonsten sind wir nicht so trisoldi ist auch noch drin mit fünf ansonsten sind wir nicht gerade gerade sind wir gar nicht mal so gut hier aufgestellt so bei den torvorlagen sieht es schon besser aus haben wir wolfram trimmig bei den vorlagen sind wir immer super aber irgendwie will keiner ein tor schießen irgendwas machen wir da falsch ohne gegentor wo ist denn tide platz 10 4 bochum natürlich weltklasse riemann er bekommt halt eben auch oh im dvv karl ist riemann auch ganz vorne bekommen halt eben leider nicht viele gegentore was heißt leider für sie ist das natürlich sehr gut gelbe karten haben wir korbos drin mit zwei aber die sind hier auch in der hinrunde sehr dünn besiedelt eigentlich die karten der meiste mit drei das geht eigentlich noch gelbe karten haben wir eigentlich tatsächlich diesmal noch richtig viele drin rote karten haben wir nur stellwagen so dann würde ich sagen was gibt es hier es möchte mir gerne noch die anderen liegen anschauen da war es andere liegen ok schauen wir mal wie es aussieht und ich würde sagen auf dem transfersmarkt wie gesagt werde ich nicht zuschlagen auch leipzig erster bayern dortmund leverkusen kladbach kladbach fünfter stuttgart sechster was ist denn eigentlich hier los hoffen ein märter alle abstiegskandidaten gehen auf einmal hoch und hamburg wieder letzter schade und dann treffen wir treffen wir nicht müssen wir den daumen drücken ganz komisch hier bei fifa ganz komisch union unten freiburg ganz unten dritte liga oh sabrücken ist erster das gibt es gar nicht wenn wir den durch mal schaffen dann geht sabrücken auch hoch das ist ja der wahnsinn wo sind denn die elbersberger 19 aber sabrücken ist echt schon krass ich nicht gedacht fünf punkte schon vorsprung und hier stellt sie erster arsene 10 da es immer wieder cool zu sehen wie es eigentlich hier so bei fifa abläuft und dann in echt ich muss sagen französische liga kann ich nicht mal so sagen ich weiß nur dass lenz auch ziemlich weit oben ist beim rest bin ich mal gar nicht mal so sicher außer paris natürlich und dann schauen wir mal in serie a au mailland und inter beide mailänder oben florenz napoli berger mojuve lazio als ist auch nicht schlecht fehlte jetzt wieder mal nur aha barca wie in echt erster aber in echt haben sie noch wesentlich mehr punkte vorsprung wer da krass am runterfahren ist ist wie heißen sie sevilla wobei sie sich mittlerweile wieder gefangen haben die waren am anfang der saison waren die eine katastrophe so jetzt ist mal gerade die katze noch zu besuch gekommen und ja transfersmarkt schauen wir mal hier sind alle eine nach den finanzen würde ich mal schauen stimmen amitowitsch ist jetzt bei hertha mittlerweile deshalb sind sie so gut das erklärt einiges aber ich glaube aber sonst keine auf der leihliste ja die katze will schmusen ok so team zentrale wen hatten wir denn eigentlich noch mal als freien spieler geholt den wir verkaufen wollten ich weiß nicht mehr wir müssen echt mal schauen so ein torwart als freien spieler wäre gar nicht schlecht dann kann ich ich weiß dass ich mir einen geholt habe aber ich weiß nicht mehr wen wir geholt haben freie spieler alter egal position torwart da haben wir es doch da gibt es ja noch einige aber was soll's wir schauen jetzt gerade mal noch generell bei freien spielern im allgemeinen vielleicht ist ja noch irgendwas gutes dabei aber das sind meistens nur so jugendspieler ja ich würde sagen wir schauen nächstes nächste saison haben jetzt genug leute ich wollte noch mal nach dem geld schauen finanzen wir haben auch genug geld ausgegeben das muss man auch schon sagen so einnahmen wir haben wieder ein bisschen gewinn gemacht auch drin mit back und italianu ja ganz ruhig war nur der wecker 251.000 ist jetzt nicht gerade das beste budget aber es ist budget die preisgelder machen auch schon viel aus eine millionen fast bis jetzt ja ich würde dann sagen schreit es eigentlich schon danach dass ich jetzt noch ein paar trainingseinheiten mache wie gesagt ich würde sagen für die neue saison wenn wir in die erste liga hochgehen ich habe letztes mal tatsächlich geschafft dass drei train sein dass ich drei trainingseinheiten nicht hatte vielleicht sind auch ein paar neue dabei gekommen ich weiß gar nicht hatte ich auch nur nicht gehabt bis jetzt also das also seit dem anfang natürlich so wie gesagt bei den jungen habe ich immer noch die hoffnung hochholen ausleihen teuer verkaufen aber seit die statistik hier weggefallen ist macht auch nicht mehr so viel spaß wie vorher muss man leider sagen da ist der spaß ein bisschen weg nein wie gesagt für die erste liga muss ich echt mal schauen wie wir da holen falls wir aufsteigen ist ja nicht gesagt dass wir aufsteigen aber da werden wir echt uns mal umschauen dann wir sind ein paar junge spieler wo gar nicht schlecht sind ich muss auch ich muss auch mal schauen wie gesagt was das budget der nächste saison hergibt deshalb wäre es eigentlich gar nicht schlecht wenn wir gegen mainz den pokal noch gewinnen würden dann wird wieder frisches geld reingespült aber wisst ihr was ich noch machen wollte die vereinsziele würde ich mal noch begutachten das kann natürlich nicht schaden wo haben wir finanzen sind glaube ich nicht hier noch mal kurz die finanzen eintrittskarten und menschen da ist man schon viel aus ausgaben nachwuchszentren haben wir 512.000 schon ausgegeben so aber ich möchte immer noch gerne ach hier haben wir sie ganz vorne so verpflichtet 4 also den dfb pokal haben wir geschafft mit der zweiten liga den abstieg vermeiden haben wir denke ich mal auch geschafft und langfristig werden wir auch schaffen das sind auch so sachen verkaufe zwei spielern verpflichtet eine ein wichtige spieler als ersatz wenn die saison mit vollständig ausgeben transfer warum ich glaube in der letzten saison war es noch wo sie groß rum gejammert haben wir müssen geld sparen hier und da naja was soll es jetzt geht es gegen düsseldorf der steht auf der liste ablehnen aber ich muss jetzt noch kurz einmal schauen jugend akademie vielleicht noch einen hoch holen weil können wir gerade noch auf die transfer sicht setzen aber aber gerade auch noch schauen wird ist verträge habe ich glaube ich alle verlängert hier müssen wir auf jeden fall noch verpflichten so bei manchen trainingseinheiten bin ich noch nicht so gut wie ich halt sein will das erste angebot für sapina so schauen wir mal wer da anklingelt sie was vor ablehnen den haben wir hier ablehnen ich leih nur so aus alles andere gibt es nicht mit kaufoptionen ist nämlich blöd dann zieht die die nämlich dann habe ich ja nichts davon ich möchte die leute ja ausbilden und dann teuer verkaufen ich weiß ich bin ein fuchs so jetzt geht es auf jeden fall gegen düsseldorf und dann die englische woche was da los paderborn und dann kommt schon der pokal ich kotze im strahlen müssen wir gegen paderborn mit der zweitmannschaft spielen oder denn hier die sind wieder nein wie mache ich das 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 so dann haben wir das ja auch schon mal geändert ja wir müssen uns da erholen so ja dann würde ich sagen geht es direkt schon mit der strammen englischen woche weiter in der nächsten folge äh wen haben wir noch hier wer will nochmal wer hat noch nicht esposito das merken wir uns in der nächsten folge und polulo mochte auch nochmal spielen die sind auch gar nicht mal so schlecht düsseldorf die sind zehn punkte hinter uns wie gesagt wenn wir da verlieren und paderborn ist dritter uah es wird jetzt die woche hier hat es auf jeden fall in sich aber ich bin auf jeden fall gespannt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschau tschau